Hallo Leute, willkommen zurück zu einer Runde ARK. Ich bin gerade im Real Life so viel mit... Joa, unser Haustierchen ist immer noch da. Ich bin gerade so viel wieder unterwegs. Was ist das? Strohboden. Okay. Ich bin gerade im Real Life so viel unterwegs mit... Hallo, wie geht's? Ah, so rum. What? Da ist mir ein bisschen was zugewachsen. Einfach so viel unterwegs mit diversen... Na. Diversen Real Life, also mit... Ja, dass ich draußen rumgehe. Nach meinem Urlaub und so. Und da habe ich einfach mal wieder Bock auf ARK. Ich hoffe, dass ich noch ein bisschen was weiß. Ähm... Sonst... Ach du, das würde ich auch noch wegmachen. Sonst werde ich hier wahrscheinlich gleich wieder drauf gehen. Wenn ihr irgendwelche Tipps habt für mich, dann schreibt sie einfach in die Kommentare. Damit ich davon auch profitieren kann. Äh, wie es scheint, hat sich hier die Umgebung schon ein bisschen verändert. Wir hatten ja eine Kiste gemacht noch letztes Mal. Ähm... Gucken wir mal, was wir da noch alles reinlegen können. Steine. Oh, ich weiß gar nicht mehr, wie das geht. Kann ich jetzt auch so machen. Ne. So. Ah. Schieben. Oh, Fasern haben wir viele. Okay. Dann... Gucken wir mal, was wir herstellen können. Ein Dach könnten wir irgendwann mal bauen. Ich muss gerade mal wieder ein bisschen reinfinden. Ah, hier. Okay. Okay. Zwei Punkte haben wir. Äh, das reicht nicht. So, einsortieren wir hier mal noch ein bisschen Zeug weg. Das Holz brauchen wir gerade auch nicht. Feuerstein ist schön zu haben, brauchen wir gerade auch nicht. Menschliche Fäkalien. Ne, die tun wir da mal nicht rein, die stinken bloß. So. Und dann gehen wir mal nochmal raus. Ich weiß gar nicht, warum nicht so viel Holz irgendwie sammeln. Aber machen wir einfach mal. Ja. Ich denke mal, das können wir später schon alles noch, äh, verwenden. irgendwas. Mmh. Bsp. Ups. Ups. Wip. Auneben geschlagen. Ja, wie ihr sicherlich gemerkt habt, ähm... ...habe ich mit Minecraft Captive aufgehört. weil ihr das überhaupt gesehen habt aber ich muss sagen ja war jetzt nicht so mein Spiel von dem her habe ich dann eben entschieden sich mal beiseite zu legen aber was war denn der denn da drüben ich geh mal hin zu dem Teil was machst du wie kann ich denn wie kann ich denn den hier so zähmen weil töten töten will ich den eigentlich nicht aber da wächst überall hat mein Garten nicht im Griff st mein Garten sieht aus wie anrufen wir haben erstmal nur ein bisschen vielleicht können wir gleich noch mal eine Kiste machen äh hallo können wir einen Feuerstein brauchen wir dafür Feuerstein haben wir doch ja so, drag and drop ähm der Haftelbau ist kein Knüppel so eine Axt äh haben wir da jetzt eine hergestellt jetzt 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 machen wir wieder hier hallo ich wollte ihn doch nicht umhauen warum warum habe ich das jetzt nicht im Inventar ja habe ich schon aber da nicht so jetzt warte mal ich wollte gucken ob wir noch eine Kiste machen können weil wir sind schon wieder recht schwer Stroh haben wir noch Stroh und irgendwann sollten wir uns auch noch ein 4 davon brauchen wir noch ein paar ähm so so also wir müssen Stroh sammeln wo kam denn Stroh raus auch immer darauf achten dass da nicht irgendwo eine Überraschung auf mich lauert hier kommt kein Stroh raus da vielleicht da vielleicht ich glaube aus den ganz großen Bäumen so ein bisschen Angst oder wenn ich per Hand drauf habe ok so da kriegt man Stroh da tun wir uns aber ein bisschen weh aber wir kriegen Stroh also was solls so so dann snacken wir noch ein bisschen äh paar Bären äh 5 das heißt 13 Stroh haben wir Tügel dann müsste das nicht reichen vielleicht kann man bald so ein Holz hinbauen sah gerade aus als würde da was stehen war eigentlich nur ein Speer ja ok dann gehen wir mal hier ein bisschen gucken dann gehen wir mal hier ein bisschen gucken nichts in Sicht mal fischen mal fischen ah ja stimmt hier hatte ich ja mal ein Feuerchen gemacht was ist regnend? wusste gar nicht dass es geht immer erstmal die Lage sondieren hier da ist ein Flugsaurier da ist ein Dodo oder wie heißen die? ja Dodo ja Dodo so habe ich das Dodo jetzt eigentlich aufgesammelt habe ich es geschafft äh ja hier ja und wir sollten uns vielleicht ein bisschen beeilen habe es endlich mal geschafft mein äh mein Inventar auf Tapp zu legen so wir gehen zurück ich hoffe das ist der richtige Weg ne hier gehts lang da gehts lang Kinobeere und ist die hier ja ich bin ja schon auf dem Weg mir ist kalt ja und hab genug Holz ich werde vielleicht auch immer die Türe zu machen ich werde vielleicht auch immer die Türe zu machen tada so wird so ähm Inventar öffnen Holz rein Feuer entzünden so jetzt wird es schon wieder warm hier so dann oh Hammer ah jetzt habe ich alles alles Holz da rein das wollte ich eigentlich nicht nein nein das wollte ich auch nicht nein das will ich nicht das will ich so so dann dann machen wir uns noch eine Kiste 25 Holz nein Mann 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 zack wo ist die kiste hin und benutzen hier können wir wir können essen reinmachen. Oh, ich will kein Essen. Fleisch. Ein Jägerhut haben wir. Nee, haben wir nicht. Das verarscht mich. Auf euren Rennen. Haben wir das jetzt gebraten? Ich hoffe mal. Kohle haben wir auch schon. Das ist schön. Oh, hier haben wir noch Fleisch. Dann machen wir doch mal da rein. Äh, die sind glaube ich. Ach, Samen sind das. Ja, die sind, äh, den Akkubären sind, äh, hinüber. Verdauendes Fleisch ist auch hinüber. Ähm, was mache ich denn damit? Metallhamba. Tierhaut haben wir. Ist ja interessant. Aber das haben wir alles und was wir brauchen, haben wir nicht. Ähm, wir brauchen noch ein paar XP, aber ich weiß gar nicht, wie ich die am schnellsten kriegen kann. Wie kann ich am schnellsten XP kriegen? Das Fleisch. Das Fleisch. Auch darin. Ach, das ist... Inventar, das haut mich immer wieder um. So, wir sind fast leer. Das ist gut, Wasser haben wir eigentlich noch genug. Und...